Menschen, Meinungen, Mauldasche. Altenne 1 präsentiert Baden-Württembergs Kult-Comedian Dodo K. Vereinssitzung vom SV 49 im Adler. So, Tagesordnungspunkt 11b. Im Vereinsheim sind alle Rauchmelder he. Und jetzt ist die Frage, was man da macht. Ja, das ist brandschutztechnisch nach DIN 4150 unhaltbar. Wieso sind die denn kaputt? Ja, dass einer meint, ich hätte die Rauchmelder he geschlagen, damit ich mir der Hanne immer wieder in Ruhe und ihn durchziehen kann. Also so ist es... So, hier kommt Ihr Hanfti. Danke, aber Sigrid, warum siehst du mich? Ich bin doch der Heiner. Ah, ich hab die Arsch gar nicht gekannt. Leute, wir müssen die Rauchmelder drehen. Aber so, deine Rauchmelder. Der Verein sollte lieber einmal in einen rechten Orgelspieler investieren. Das wäre viel wichtiger. Oh, du mit deinem Orgelspieler. Nein, nein, der Rauch muss gemeldet werden. Oh, lass mich doch da am Hobel mit deinem Rauch. Jetzt raucht es gleich. Leute, wir brauchen wirklich gescheite Rauchmelder, der Hanne. Sonst machen die uns das Vereinsheim zu. Was wir brauchen, ist den Orgelspieler. Ah ja, das ist doch die erlösende Lösung. Dann bestellt man doch einen Orgelspieler und hängt den an die Decke auf. Und immer wenn es brennt, soll der zur Warnung etwas Orgeln. Ach so, aber... Oh, jetzt sind da mal ruhig. Ich glaube, unsere Wirtin wird da etwas dazu sagen. Also, ich hätte euch da eine Bauerregel dazu. Willst Brände verhindern, du viel Grasser, setzt's für Rheinsheim unter Wasser. Neue Antenne 1 Super. Neues von SV49 in der neuen Antenne 1 Morgenshow mit Nadja und dem Ostermann.